Willkommen zurück zu argonspaintshop.de Ich heiße Norbert und heute geht es um... Hallo Leute, ich begrüße euch heute. Wir haben heute den 15. Februar, halb neun. Wie versprochen sind wir jetzt auf dem Weg zur Taktika nach Hamburg. Wir haben natürlich wieder dabei unseren Fahrer, den Sebastian. Unser frisches Küken, der noch nie dabei war, der Max. Und natürlich meiner Einer. Wir sind schon so richtig heiß drauf. Mal schauen, was dieses Jahr die Taktika zu bieten hat. Und ja, in einer Stunde sind wir da. Und dann geht es um 10 Minuten los, oder? Was sagt ihr? Lass mal krachen. Lass mal krachen, gell? Also dann, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Son an! Nhemen ruhige Sachen an. Mach doch gut. Mach doch, schwek doch gar nicht dran! Los trif デ rainy 他 Amit bework, arreb. ありがとうございます. Ich gehöng! Schön summ cute! Mach doch, Torym die live. Till Kelly Eve zBS railroad. guns te Hren losoweest. Das ist Norbert. Norbert bemalt eine Kidul in einer anderen Hand. Klingt komisch, ist aber so. Wir erlösen euch mal davon und ihr könnt eure eigene Figur vor euch hinstellen. Ihr dürft ihn nicht mehr berühren. Du Norbert, warum nimmst du die Figur nicht in die Hand? Was? 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 Das war's. 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 Das war's.